Seid ihr nicht auch so Fäkalien-Menschen wie ich? Nur so ein bisschen, ich mein ja nur. Ich bin ein faules Stück Scheiße. Lila Luftkuchen sagt Frode stinkt. Weil Kot ist was Feines. Es ist die Finesse des menschlichen Körpers. Magen-Darm ist Scheiße. Also alles dreht sich immer wieder um Kot. Bruder, ich muss ja richtig groß. Ich will Schoko-Arsch-Creme. Es gibt so eine geile Seite, Schenk-Scheiße.org. Da bestell ich mir immer was. So ein bisschen Elefanten-Kot ist einfach mal so eine kleine Nascherei zwischendurch. Mit meinem After mach ich gar nichts. Außer Kacken. Und dann schmiech ich's mir. Aufs Brot. Aber cooler Hund. Penn & Popel hast du gegessen. So sieht's aus. Vorzüglich. Möchtest du probieren? Ja, gerne. Bitteschön. Oh. Oh. Hört ihr das? Werbepausen 0 Sekunden. Streamingzeit 2 Stunden. Ich könnte noch mal Werbung schalten, aber... Ich höre alles. Leute, ich höre alles. Ich liebe Gurken. Ich kaufe mir jeden Sonntag eine. Nur damit ich die mir reindrücken kann. Ja, 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 ihr habt richtig verstanden. Ich drück mir gern Gurken rein. Und ich krieg ihn ganz rein. Mhm. Ach komm, für dich. Hol ich ihn nochmal raus. Und sie schrie nach Klopapier. Klopapier. Und sie schrie nach Klopapier. Klopapier. Sorry. Keine Ahnung, was Models machen. Wenn du nach Stahlstadt gelangen möchtest, dann nimm dir die Rechenfahrt. Danke. Juck mich nicht. Unbegrenzte Macht. Boah. Ja. 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 Guten Tag, kleines Mädchen. Entschuldigung. Diamanten. Alter. Hier will jemand mit seinem Reichtum protzen. Oh, nee. Ich weiß nicht, ich finde Naturwissenschaften so cool. Man lernt so viel über die Welt. Man lernt über die Welt. Das ist einfach toll. Ganz klasse. Wie viel Kilowattstunden Strom verbraucht ihr? Ich habe gerade einen ganz kurzen Moment. Einen richtigen Herzinfarkt gehabt. Oh, nee. Oh, nee. Dreckigen. Vielen Dank.